Ja, irgendwie komme ich da nicht durch. Wow, was ist das denn? Also irgendwie wird es ja richtig anspruchsvoll hier. Oh, drei Leben sind hier. Äh, was war das? So, aber jetzt haben wir das Sechster. Dann lässt sich schon wieder ein bisschen beruhigter spielen hier. Wow. Ich werde die ganze Zeit... Was ist das? Fledermäuse? Oh, geil. Ach, die gehen nicht kaputt. Die kommen ja immer wieder. Aua! Ist hier auch noch was? Oh, ein bisschen hier sammeln. Ja, ich verstecke mich hier hinten. Hahaha. So. Boah, schau mal. Erster Checkpoint. Oh, oh. Wohin ich da hoch? Verdammt, ja. Ja, hier aber nicht. Ah, jetzt habe ich weggeschossen. Scheiße. Wuhu. Wuhu. Die Dinger sind echt nervig. Wohin ich meine Ruhe? Ah, jetzt kommen sie nicht... Oh, shit. Ah, der schmeißt mich ja... Och, nö. Warum sagt man das dir keiner? Oh. Haha. So, davon kriegt man auch ein Leben. Äh, äh, warte mal. Oh, hi. Oh, scheiße. Ah, Mann. Ich gehe doch Game Over. Also, da war es mir vorhin mit elf Leben, beziehungsweise mit, äh, damals, äh, ich glaube, was hatten wir, knapp 35. Äh, definitiv besser. Ey, ich scheiße jetzt hier auf den Apfel. Meine Fresse. Oh, hier machen wir nochmal Baller, Baller, Baller. Nein, warum bringen die mich denn um? Och, scheiße. Ich war mir so sicher. Da, da ist nochmal machen hier. Und tschüss. Ey, warte, warte, warte auf mich, warte auf mich. Warte auf mich. Oh, ne, 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 ne. Ich will da aber nochmal rein. Aber, solange die Fledermaus hier ist, kommt die ja immer wieder. So, jetzt will ich mal eine Ruhe. Wo kommen denn auf einmal die Äpfel her? Cool. Ja, egal. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ja, jetzt schreien wir uns auf jeden Fall gleich in der Bonusrunde mal so richtig an. Ich will halt nicht speichern. Was ist das für ein Viech? Ich glaube, das ist ja so ein Samurai-Kämpfer hier. Oha. Der hier, 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 äh. Oha. Ja, toll. Hau ab jetzt. Ich scheiß jetzt hier drauf. Oha. Scheiße. Ich hab doch gesagt... Ah, nein. Oh, bin ich blöd. Oh, Mucke, konzentrier dich doch mal. Aua. So, tschüss. Einfach weg hier. Da ist Feuer. Fall ich da einmal runter, ne? Alter, was ist das denn hier? Also, es ist doch kein normales Level mehr hier. Was haben wir denn hier? Ja! Oh, mein Gott, Mucke. Ich lauf da hin, ey. Boah, bin ich doof. Ich rede schon heute drinnen. Oh, ne. Ach. Ich will jetzt den Knopf drücken hier. Ey, Alter. Ich lass den scheiß Knopf jetzt weg. Der scheiß Knopf kann mich am Arsch lecken. Ich hab nur noch zwei Leben hier. Ne, 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 ne. Wenn ich jetzt 35 hätte, dann hätt ich's wahrscheinlich noch fünfmal probiert. Aber so... Och, Mann. Oh. What the fuck? Ey. Oh, ey. 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 Was hat der für scheiß? Ey. In dem Level brauch ich ja Jahre. Meine Fresse. Au einfach ab. Ja, was ist jetzt hier? Toll, ein paar Äppelchen oder was? Uh! Mei, Alter, was war das denn? Das Spiel geht nicht mehr mit richten Dingen zu. Das will mich verarschen. Kommt man da rein? Ne, war wieder klar. Alter, ich trau mich hier gar nichts mehr. Ey! Wo kommen die scheiß Vögel? Oh nein, nicht schon wieder von da. Oh nein. Ey, da ist es echt schwer. Ja! Scheiß Level. Und ich habe noch nicht mal einmal gespeichert. Uua, uua. Uh! Ey, warum falle ich denn da runter? Mein letztes, unser letztes Leben. Ja, die Musik spielt auch verrückt. Die sagt auch, Mucke beenden hat LP hier. Nein, 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 nein! Oh! Nein! Nein! Oh, scheiß. Ach, nö. Jetzt falle ich ganz nach unten. Ey, ich kriege gar nichts mehr gebacken. Oh, das hat mich alles jetzt komplett aus dem Konzept gebracht hier. So. 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 So, ich bin da oben. Oh, und tschüss. Arschkopf. Tschüss. Oh, ne. Ey! Oh, das ist jetzt aber wirklich unser letztes Leben. Ah, toll. Wetten? Wetten? Ich schaff das nicht. Oh, ne. Sind die anderen Level ja alle Pipifucks dagegen, ey. Ohne Scheiß. Ich komme doch nicht mal zu mir auf 100 Äpfel, um mir ein Leben zu holen. Ich komme doch nicht mal zu mir auf 100 Äpfel, um mir ein Leben zu holen, 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 um mir ein Leben zu holen. Ey, ich bin schon ganz ruhig. Ich bin so konzentriert jetzt. Alter. Uh. Da ist ein Leben, da ist ein Leben. Und Äpfel. Oh ne. Wachsen auch von Fledermäusen dicke, ey. Ja, jetzt bin ich schon ganz ruhig. So, jetzt volle Konzentration auf die Bonusrunde. So. Volle Konzentration. Einfach durch. Hi, Süße. Danke, du bist meine... Du bist meine Rettung. Du bist meine Rettung. Danke. Oh, gib mir Küsschen links und rechts. Komm. Danke, danke. Ich darf noch ein bisschen weiterspielen. Oh, ich muss nicht mehr zurück, ey. Oh, danke, danke. Oh, ich bin dir so dankbar. Oh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ah. Pfff. Da muss ich aber wirklich... Oh. Da muss ich aber auch erstmal durchschneiden. Schneiden. Schnaufen. Oh, ich bin ja fast erledigt hier. Scheiß Level, the Lost City hier. Oh. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Ey. Der Feichling. Ey. Habt ihr das gesehen? Ja, ich springte da rein. Ist doch so scheiße. Aber dann will ich jetzt endlich noch schaffen hier. Oh, der Vogel ist schon mal weg. Warum tötet ich ihn? Ey. Was ist denn los? Ey. Nein, 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 nein. Oh. Oh, schon wieder nur noch. Schau wieder, unser vorletzter. Au. Letztes Leben. Na, ganz toll. Wir stehen kurz vorm Ende des Levels. Ich hab's nämlich vorhin schon kurz gehört. Ich sag's auch, ganz ruhig. Brauner. Alter, scheiß Gleichgewicht hier. Nein, das steht der. Oh, nö. Wir sind Game Over. Oh, nein. Ja, toll. Game Over. Oh, das ist so gemein. Oh, das ist so müde. Oh, das ist lo anesthetisch. Vielen Dank.